Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das perfekte Push-Up Workout für euch zuhause. Das große Problem ist ja bei Push-Ups oder allgemein, wenn ihr einfach funktionell trainiert, dass ihr es manchmal nicht schafft, alle Muskeln von jeder Seite und von jeder Richtung zu treffen. Und heute nehmen wir das Beispiel Liegestütze, Push-Ups dazu und wie ihr wisst, teilt sich die Brust in drei Teile auf. Ihr habt einmal die obere Brust, wo die Muskelfasern hier oben lang laufen, die mittlere hier hin und die unteren hier. Jetzt haben wir das große Problem, wenn wir normale Liegestütze machen, machen wir immer nur so. Jetzt wollen wir aber in diesem Workout, weil es ja das perfekte Push-Up Workout sein soll, alle Dimensionen im Muskel treffen. Und dazu zeige ich euch jetzt immer verschiedene Varianten und auch in verschiedenen Levels, so dass es jeder mitmachen kann. Und wir legen auch sofort los mit der ersten Übung. Wir starten mit der oberen Brust und wenn wir jetzt mit freien Gewichten trainieren oder im Gym, dann sind immer obere, wenn die obere Brust treffen wollt, müsst ihr immer nach oben drücken. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir Push-Ups machen, wie wollen wir nach oben drücken. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur den Winkel auch hier jetzt verändern. Die einfache Variante ist, ihr seid auf den Knien, setzt die Knie ab und verschiebt jetzt die Arme so ein bisschen nach vorne. Nicht zu weit, aber so, dass ihr ungefähr, wenn ihr runter geht, eine ähnliche Richtung habt, wie wenn ihr jetzt Kurzhantel drücken machen würdet für die obere Brust. Und ihr seht jetzt, wenn ich mich absenke, gehe ich wieder genau in die gleiche Position, wie wenn ich jetzt mit Kurzhanteln hier nach oben drücken würde. Die weitaus schwierigere Variante ist jetzt, immer noch der gleiche Winkel, aber wir versuchen jetzt, die Knie nicht mehr abzusetzen. Das heißt, wir setzen die Zehen mit ab auf den Boden, gehen hoch, gehen nach vorne und schieben das Gesäß nach hinten. Dadurch, dass wir jetzt kein Gewicht mehr ablegen, ist die Übung sofort viel, viel intensiver. Hierbei auch immer darauf achten, dass ihr jetzt nicht zu weit nach vorne geht, weil sonst würdet ihr eher Schulterdrücken machen und dann haben wir eine ganz andere Übung. Die jetzt weitere Level Advanced sozusagen, Level 3, ist, ihr nehmt eine Erhöhung. Ihr könnt jetzt eine Wand nehmen oder so einen Kasten, wie hier. Und ihr geht mit den Füßen oben drauf. Jetzt habt ihr hier normale Liegestützposition. Jetzt müssen wir weiter nach vorne gehen. Und gehen hier runter. Ihr könnt in eurem Level trainieren und versucht immer, wenn ihr jetzt diese funktionalen Übungen macht, immer bis zum Muskelversagen. Ihr macht drei bis vier Sätze bis zum Muskelversagen und dann habt ihr auf jeden Fall einen ordentlichen Reiz gesetzt. Wir gehen weiter zur mittleren Brust. Das ist jetzt eigentlich klassisch, wie wir sonst auch Liegestütze machen oder halt Bankdrücken machen. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir jetzt nicht die Ellbogen eng nehmen, weil sonst haben wir zu viel Trizeps mit dabei. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die Ellbogen ein bisschen vom Körper wegnehmen, damit wir dann perfekt imitieren, wie wir sonst Bankdrücken machen würden. Wir gehen einmal zusammen runter. Wir starten jetzt mit Liegestützen, aber auch wieder erstmal auf den Knien. Da ist es viel, viel leichter. Dazu geht ihr bitte erst ganz normal in die Plank. Setzt dann von hier erst die Knie ab und nehmt die Füße hoch. Von hier achtet ihr jetzt darauf, dass ihr die Hände weit genug aufeinander habt. Ungefähr auf Brusthöhe. Ich orientiere mich immer so, dass mein Daumen so auf Nippelhöhe ist. Dann geht ihr tief. Hoch. Auch hier könnt ihr jetzt wieder bis zum Muskelversagen gehen. Level zwei. Ihr setzt die Füße ab. Geht in die normale Plank Position. Und auch hier geht ihr tief. Hoch. Das sind jetzt erstmal die zwei Levels für die normalen Push-Ups. Jetzt gibt es allerdings noch ein Level 3, wie ihr es noch intensiver machen könnt. Und das sind die Archer-Push-Ups. Die sind schon direkt viel, viel schwieriger. Ihr habt sie, glaube ich, schon mal in einem Workout vorher gesehen. Trotzdem hier nochmal kurz zur Erklärung. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir immer mit einem Arm mehr pushen. Das heißt, nur mit einer Seite auch. Wir starten. Ihr müsst jetzt wesentlich weiter auseinander gehen. Und konzentriert euch immer auf eine Seite. Andere Seite. Und andere Seite. Dadurch habt ihr viel mehr Gewicht auf dem einen Arm. Und die Übung ist direkt, ich würde sagen, fünfmal intensiver, als wenn ihr beide Hände benutzt. Soviel zur mittleren Brust. Jetzt, was eigentlich am allerschwierigsten zu treffen ist, ist die untere Brust. Normalerweise machen wir das mit Dips oder einer Negativbank beim Bankdrücken. Wenn wir jetzt Push-Ups haben, ist es aber extrem schwer, den Winkel negativ zu haben. Weil wir eigentlich sonst immer nach unten drücken. Bei Dips zum Beispiel drücken wir nach unten. Oder auch wenn wir so liegen, drücken wir auch theoretisch, wenn der Körper nach unten liegt, nach unten. So, jetzt haben wir die Schwierigkeit. Wir haben ja den Boden da. Und auch hier können wir jetzt damit arbeiten, dass wir die Armhaltung verändern. Und zwar fangen wir wieder an mit auf den Knien. Achtet jetzt drauf, wenn wir hier die obere Brust haben. Hier die mittlere, ist hier die untere. Und da wird jetzt spannend. Für die meisten wird diese Übung schon sehr schwer sein. Das heißt, wir starten jetzt wieder hier. Setzen die Knie ab. Gehen nochmal weiter nach hinten. Füße kommen hoch. Und ihr geht hier vorne runter. Ich blende euch nochmal hier oben die erste Variante ein. Dann seht ihr direkt den Unterschied zu den anderen. Die Armhaltung ist ganz, ganz anders. Und dadurch aktiviert ihr mehr die unteren Muskelfasern der Brust. Level 2 für die schon Fortgeschrittenen nennt sich Pseudoplank Push-Up. Pseudoplanche, weil bei normalen Planchen sind die Füße in der Luft. Hier jetzt nicht. Ich habe sie schon mal auf Instagram gezeigt bei manchen Videos. Hier habt ihr jetzt genau gleich. Achtet darauf, dass die Hände weiter hinten sind. Super intensiv schon. Und dadurch habt ihr jetzt nochmal mehr Gewicht auf der Brust. Und aktiviert die unteren Muskelfasern der Brust. Letzte Variante. Jetzt geht es schon so mehr in Richtung Calisthenics. Das sind Tuck Planche Push-Ups. Full Planche wäre Beine gestreckt. Tuck Planche Beine angezogen. Wir starten. Jetzt sind die Beine in der Luft. Starten hier. Push. 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 Schon super super schwer. Ihr könnt erstmal versuchen auch nur zu stehen. Aber so habt ihr am allerbesten die Dips imitiert. Weil ihr durch die Arme die Erhöhung habt und dann runter geht. Weil wir ja versuchen das perfekte Push-Up Workout zusammen zu bringen, fehlt uns noch eine Variante. Und zwar haben wir, wenn wir im Gym trainieren, die Möglichkeit mit Butterfly oder Kabelzug Zugbewegungen zu machen. Das haben wir jetzt hier gar nicht. Wir haben nur Push-Bewegungen. Und da wir den Anspruch haben jetzt, das perfekte Push-Up Workout zu machen, müssen wir natürlich diese Zugbewegungen imitieren. Auch wenn wir keine Geräte haben. Und das machen wir mit einem kleinen Twist. Ich zeig's euch. Ihr geht runter. Ganz normal erstmal mit den Knien wieder. Normale Push-Up Variante. Und wenn ihr jetzt hochkommt, nehmt ihr die Arme ein bisschen enger zusammen. Das ist wichtig. Ihr geht tief und twistet zur einen Seite. weiter. Ihr müsst den Twist jetzt mehr mit dem Oberkörper machen. Klar habt ihr jetzt nicht genau die gleiche Range of Motion, wie wenn ihr ein Butterfly macht. Aber ihr emittiert so ein bisschen diesen Squeeze nach innen und könnt das so wunderbar trainieren. Genau gleich macht ihr das dann mit gestreckten Beinen. Das heißt, ihr seid hier. Ihr geht tief und twistet hoch. Und habt ihr so ein bisschen noch diese fliegenden Bewegungen imitiert. Als Finisher, wem das alles ein bisschen noch zu leicht gewesen ist, der kann das ganze intensivieren, indem ihr explosive Übungen mit einbaut. Ich habe schon mal ein Video gemacht, hier oben in der Infobox, zum Thema explosive Bodyweight Übungen. Jetzt machen wir nur die Push-Up Varianten. Und wir starten mit Explosive Push-Ups, aber auf den Knien. Ganz simpel, geht wieder Liegestützposition, Knie absenken. Und jetzt springen wir nicht einfach nur hoch, sondern von einer Seite zur anderen. Wir gehen hopp, 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 hopp. Habt ihr jetzt noch ein bisschen spannender. Die normalen explosive Push-Ups kennt ihr. Push hoch, Arme gestreckt, langsam wieder abfedern. Also wir starten hier. Mit allen explosiven Übungen könnt ihr nochmal jedes Workout viel intensiver gestalten. Jede Übung drei- bis viermal wiederholen, immer bis zur Ermüdung gehen. Dann habt ihr ein ordentliches Training für die Brust, ohne Geräte, zu Hause, nur mit Push-Up Varianten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, welche Variante euch am besten gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Workout. Bis dahin. Ciao.